Guten Morgen aus Mainz an diesem 1. Dezember. Der Mainzer Weihnachtsmarkt ist eröffnet, die Mainzer Mobilität weitet das Busangebot aus und am Wochenende erwartet uns wieder Schnee. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Der Mainzer Weihnachtsmarkt in der Innenstadt ist am Donnerstag offiziell eröffnet worden. Noch bis zum 23. Dezember herrscht vorweihnachtliches Treiben unter dem Lichterhimmel am Markt. Ebenfalls gestartet sind am Donnerstag die Winterzeitmärkte und der frisch ins Leben gerufene Neuwintermarkt auf dem Neubrunnenplatz. Eigentlich sollte es dort dieses Jahr gar keinen Markt geben, nachdem beschlossen worden war, die Stände in den Innenhof des Schlosses zu verlegen. Kurzfristig wurde dann doch der Neuwintermarkt mit Tannenbaumverkauf, Kinderkarussell und gastronomischem Angebot auf die Beine gestellt. Auch auf dem Weihnachtsmarkt gibt es eine Veränderung, das neue Beleuchtungskonzept der Weihnachtsstadt Mainz. Und die Preise? Bratwurst, Glühwein, Reibekuchen und Craps. Das gehört für die meisten Besucher des Weihnachtsmarktes einfach dazu. Doch wie viel kosten diese Leckereien in diesem Jahr auf dem Weihnachtsmarkt? Tatsächlich sind die Preise im Vergleich zum vergangenen Jahr kaum gestiegen. Lediglich beim Glühwein seien die Preise stellenweise erhöht worden, berichtet Sascha Barth, Sprecher der Beschicker des Mainzer Weihnachtsmarktes. An manchen Ständen habe der Glühwein im vergangenen Jahr 3,50 Euro gekostet. Dort habe man sich nun jedoch dazu entschieden, die Preise auf 4 Euro pro Tasse zu erhöhen. Andere Stände, wie beispielsweise sein eigener, hätten auch bereits im vergangenen Jahr schon 4 Euro pro Tasse verlangt. Teurer als 4 Euro wird es aber in diesem Jahr nicht. Die beliebte Bratwurst kostet in vielen Fällen genauso viel wie im vergangenen Jahr. Am Grillstand von Manfred Spreuer zahlt man beispielsweise 4,50 Euro für eine Bratwurst. Die Reibekuchen dort sind ebenfalls nicht teurer geworden. Seit 2019 seien dort die Preise nicht erhöht worden, erzählt ein Standmitarbeiter im Gespräch. Hier bekommt man den Reibekuchen immer noch für 5 Euro inklusive Beilagen. In Nierstein wird an diesem Wochenende eine spektakuläre Baumaßnahme durchgeführt. Die Verschiebung einer 750 Tonnen schweren neuen Eisenbahnbrücke an ihren endgültigen Standort. Für diesen Vorgang nutzt ein Mainzer Spezialunternehmen, beauftragt vom Landesbetrieb Mobilität und der Deutschen Bahn, riesige Hubwagen, um das gigantische Bauteil aus Stahl und Beton rund 20 Meter weit zu bewegen. Das Vorhaben erfordert eine komplette Sperrung der Bahnstrecke zwischen Mainz und Mannheim von Freitagabend 21 Uhr bis Montagmorgen 5 Uhr. Die Brücke wurde in den letzten Monaten direkt vor Ort angefertigt. Der Einschub ist ein wichtiger Meilenstein auf der Bierne 20 Großbaustelle in Nierstein. Die Mainzer Mobilität weitet zum Fahrplanwechsel am 10. Dezember das Busangebot an einigen Stellen im Netz der Landeshauptstadt aus. Hinzu kommt eine Verlängerung der Linie 74 bis zum Wiesbadener Hauptbahnhof, die über die Schiersteiner Brücke dadurch viele neue Direktverbindungen von und nach Wiesbaden ermöglicht. Weitere Änderungen betreffen die Linien 9, 28, 57, 59, 2, 63 und 79. In Mainz-Kastel entfällt die Wiesbadener Linie 35, die von der SW betrieben wird. Zum 1. Januar ändern sich zudem die Ticketpreise. Ein Einzelticket in der RMV Preisstufe 13, in der sich Mainz-Wiesbaden befinden, kostet ab dem 1. Januar 2024 3,55 Euro statt wie bisher 3,30 Euro, für Kinder 2,05 Euro statt 1,90. Bereits am Dienstag wurde mit der Aktualisierung der Haltestellen begonnen. Nach der Aktualisierung sind die alten, noch bis 9. Dezember gültigen Fahrpläne nicht mehr ausgehängt. Die Mainzer Mobilität bittet darum, das Gültigkeitsdatum, das auf den Fahrplänen aufgedruckt ist, zu beachten. Völlig überraschend hat sich Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern am Donnerstag von Chefcoach Dirk Schuster getrennt und auch dessen Assistenten Sascha Franz von seinen Aufgaben entbunden. Als Nachfolger wird bereits ein ganz berühmter Name gehandelt. Ex-Weltmeister Miroslav Klose könnte nach 19 Jahren auf den Betzenberg zurückkehren. Die seit fünf Spielen sieglosen Pfälzer reagierten mit der Freistellung auf die aktuelle sportliche Lage und die schwachen Auftritte der Mannschaft. Der FCK hatte unter Schuster zuletzt drei Spiele in Serie verloren und war auf den 11. Tabellenplatz abgerutscht. Vor dem Gastspiel beim 1. FC Magdeburg am Samstag beträgt der Vorsprung auf den Tabellen 16. Schalken 4 nur noch fünf Punkte. Nach dem teils heftigen Wintereinbruch im Rhein-Main-Gebiet am vergangenen Montag erwarten uns in den kommenden Tagen wieder Schnee, Kälte und Glätte, erklärt Diplommeteorologe Dominik Jung. In manchen Regionen dürfte der Schnee dann über das Wochenende liegen bleiben, denn die Temperaturen bewegen sich weiterhin rund um die Null-Grad-Marke. Dementsprechend ist auch mit Glätte zu rechnen. Erst ab Mitte nächster Woche soll es dann deutlich wärmer werden. Sogar Temperaturen von mehr als 10 Grad Celsius sind laut Meteorologe Jung dann möglich. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-mino-zeitung.de Gude Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vrm.de